hallo und willkommen zu einem neuen mein craft nature leute und begrüßt euch zu einem neuen von Minecraft nature mein nissen Keller leute und heute setz ich mal sexen meinen Helm ab leute und ihr seht schon meine Rüstung ist ein bisschen kaputt ich habe ähm ich war unterwegs hab ein bisschen Wolle gefahren und hab dann so drei zwei Drachen gekehlt ganz easy am meisten ist nur mein Helm bestätigt ich hab schon wieder vergessen wie man diesen Helm repariert jetzt irgendwie oft schon herausgefunden wie man diesen Helm repariert nur jetzt habe ich schon wieder vergessen intelligent bin leute wartet leute ich muss kurz noch was machen ich muss kurz noch um mit klein eine Explosion oben würde ich mein genau Leute was da los ist hallo geht zu Tür so Leute ja ich hab ein kleines bisschen was gemacht Leute ich hab mal das gemacht was ich auf unserer Liste Liste hatte ich hab schon drauf geguckt Leute ich hab ein sexy Kino gebaut hier Leute hier kommt man rein hat dann so ein Weg wie man es kennt im Kino und man hochgeht dann kann man hier an die Seite zu seinen Plätzen hat man hier an der Seite so seine Lampen die könnte man wenn man möchte jetzt ausmachen und sich eine Kinoshow genießen Ok bei mir ist die Leinwand jetzt nicht schwarz weil so kann ich dann jetzt im Schnitt ein bisschen Greenscreen drauf klatschen Leute ich weiß noch nicht was ich jetzt laufen hab ihr werdet wahrscheinlich jetzt bisschen zur Hintergrund Geräusche hören von dem eigentlichen Video und jetzt so ein Video sehen haben Leute so ein Video laufen kann sein dass das ist einfach eine Folge ne ne jetzt schau was backe ist das werde ich gleich im Schied der ersten Leute ich hab selbst grad gar kein Plan das läuft hallo ist bestimmt irgendwas ganz cooles hier sind ja ich meine Leute ich würde sagen das wär's dann auch dann können wir die Lichter wieder anmachen weil die Kino Vorstellung vorbei ist ja Leute dann können wir vielleicht in die Proche 2 oder so irgendein richtige Mod reinnehmen wo man im Spiel wirklich Filme gucken kann dann kann ich ja mal ein Kinoabend Fabi und Leo machen ja Leute ich hab aber was anderes in die Vorbereitungskiste gepackt Leute einmal zwei Bücher und ähm das hier ist für den Troll den wir gleich haben da ist Boni grad noch unterwegs und farmt noch was Leute ja ich hab jetzt auf mein Schwert Gift 2 drauf bekommen das hat Boni mir drauf geklatscht weil keine Ahnung bei mir jetzt nicht funktioniert aber Boni konnte es drauf machen Leute und ist Boni fertig mit seinem Farming noch nicht da ist ein Creeper und da kommt Boni Boni ist fertig mit seinem Farming gut Boni du hast gefarmt und wie viel hast du so hast du so gefarmt mir Oh Leute das freut uns alle Erde Och geil Leute schmackhaft Erde Ok Boni das reicht du hast ein bisschen übertrieben mit Erde Leute denn komm rein Boni Boni was ist Oh ne Türklinke Boni danke äh Ups Ich glaube die Türklinke äh Klingel ist kaputt oder hast du die aufgesammelt Ach du hast sie Leute Leute ich würde sagen wir platzieren die da hin Ja Boni ich kann hier keine Türklinke Türklinke platzieren Ja Boni Hier kannst du behalten ich brauch keine Türklinke Türklinke werden überbewertet So Leute was ich aber machen wollte Ich weiß jetzt wie man diese Bücher benutzt Ich lese Äh äh engine tomes Ich habe jetzt hier auf mein Schwert Share äh Verbrennung 2 Ich muss jetzt mal Verbrennung 2 Buch Mit dem kombinieren auf Verbrennung 3 Leute 35 Level mein Ambos ist kaputt Geil Leute Jetzt haben wir aber ein Verbrennung Verbrennung 3 Buch Ja Leute dann nehme ich mich hier Baue ich mir einfach ein ganz gediegen Neuen Ambos wir haben jetzt Eisen Leute wir haben genug Eisen Wir sind immer noch von Materialien Platz 1 Ja Leo ist gefühlt im Moment gar nicht mehr auf dem serve Fabi auch nicht so So dann machen wir hier 35 Level man Boni 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 Kannst du äh mein Schwert Mit auf Verbrennung 2 verzaubern Kannst du das Äh Ja du musst dich unbedingt immer Schilder schreiben Wenn so ja und nein Fragen sind Äh kannst du auch mit dem Kopf nicken Ich glaube Boni mag sein Okay Boni du kannst es einfach probieren Du musst links das Schwert in den Anbus packen Und rechts Verbrennung Buch Dann wird das was Boni Dann haben wir auch Verbrennung 3 Leute Alter Euch ist Verbrennung härter und länger Alter Ich feier mich jetzt schon ab Oh Es hat funktioniert Glaube ich hoffe ich Jo Leute Verbrennung 3 wir sind Killer Boni Darf ich das Schwert bei dir testen Okay Leute ich guck Warp Wie lange die Verbrennung ist Leute Gucken ob Boni sterben wird dran Junge 10 Sekunden Junge 10 Sekunden Okay 12 Sekunden Verbrennung Leute Das ist krass Plus Gift Alter Leute Okay Boni ist eine Maschine Bekommt kein Schaden Aber Leute Gegen Aber du hast Schaden bekommen Du bist halt nur zu krass Juck das nicht Du bist ein Power Du bist ein Power Skelett Ja Leute Wir müssen jetzt aber Mal in die Oder Boni kommt mit in die Mitte Da können wir Quests Abgeben Eigentlich Leute So wollen wir Ja da haben wir Das kleine Quest Wo haben wir es denn hier Irgendwo hatte ich es doch Warte Leute Die Disco die baue ich noch Töte ein Mitspieler mit einer Falle Fabi ist Offscreen an unserer Falle gestorben Leute Also können wir die Quests ab Quests abhaken So Leute Boni wo bist du hin Ich brauche dich Boni Wir müssen Dungeon machen Boni hallo Boni Leute Ich hole mal Boni Ach da bist du Komm mit Boni Ich habe hier noch einen weiteren Dungeon Irgendwo auf der Karte Wir müssen in die Richtung gehen Boni den Dungeon haben wir jetzt noch nicht gemacht Also die können wir jetzt ganz Gescheit kurz plündern Dass wir genug Punkte kriegen Um ein bisschen zu trollen zu trollen Lollen Neue Ist der Trollstar am Boni Kommt langsam hinterher Gerd nur noch mal ein Hänger Ich habe so ein Advanced Ich muss Boni echt mal so ein Advanced Craften Ja Leute Boni Äh Boni hallo Kommst du Ach Gott Leute Boni kommt Boni wird irgendwie hinterher kommen Also Muss eigentlich nur gerade Muss einfach nur geradeaus von dem Ausgang von unserem Spawn gehen Ja Leute Wir fangen glaube ich schon mal an Den Hier Den Dungeon ohne Boni zu machen Und Ja Leute Fuck ihn in die Hand Und mir fällt auf Leute wir sind Difficulty 0 Die Leute Difficulty 1 Leute So Machen wir Bisschen Difficulty 1 Nehmen wir unsere Spitzhacke In die Hand Leute Können da ein bisschen Hier Den Kleinen Dungeon machen Oh shit Leute Das ist unser Schwert Haut mittlerweile rein Oh und da ist Boni auch schon Da kommen Camp Boni mit Wir machen das Und Leute ich habe euch vergessen was zu zeigen Ich habe mir jetzt Gabels gemacht Ich habe hier jetzt ein Stack Gapels wie in Skaten Wars Äh nicht Skaten Wars In Sparkle Stärke 1 Buch Kannst du mal mitnehmen Boni Ah ja Komm her Du kriegst nochmal schön Oh shit Leute Hintereinander Die Zombies Macht Okay kommt Nice Skelette Dann krieg ich mehr Pfeile von seinem Bogen Leute Das ist nice Boni wenn du Pfeile hast oder so Mir bitte geben Oder so Ich habe Ich habe Okay ich habe gerade 13 Pfeile Es geht ab Okay die Knochen brauche ich jetzt nicht Ich habe zuhause genug Knochen So Boni Komm lass weiter Wir machen das Äh von hier kamen wir Wie ich würde sagen Boni Wir gehen hier lang Gleiter auspacken und rüber gleiten Nein Und du bist gleich wieder zurück Schärfe 1 Schaden 1 Boni Temperate Blade Wenn du da irgendwas mitnehmen möchtest Gönn dir Boni Gönn dir So Hier können Wo Okay Boni Komm mir nicht hinterher Dieser Gang ist echt nur eine Sackgasse Wir müssen in den nächsten Raum Boni Er gesagt Oder in diesen Gang hier So komm her Wir klatschen Komm Du kriegst erstmal eine schöne Respekt Schelle Zack Alter Leute Ich one hit ich hier alles Warum funktioniert die Level Mod schon wieder nicht Leute Mann Oh Leder Nice Ich hasse diese Level Mod Echt Was habe ich hier ins Mod Pack für eine Level Mod reingeklatscht Die kann gar nicht Die ist nur am Rumbang Und Warum Leute Warum ist hier ein Loch in der Wand Boni Kannst du mir das erklären Boni komm mit Hier ist erstmal gar nichts Boni Erklär mir das hier Komm her Hier one hit Klatsch Boni Wo bist du Boni Boni komm her Erklär mir das hier Wieso Boni Ich gehe dann halt ein bisschen langsamer Sorry dass ich jetzt Schnelligkeit Schnelligkeitsring habe So Boni Wir müssen aber in die nächste Etage Da gibt Da haben wir mehr Wumms So Boni Such dir eine Tür aus Du kannst entscheiden Du kannst entscheiden wo wir lang gehen Welche wir nehmen Boni Du willst hier lang Ich mach Platz So Dann Gibt's Schöne Schellen an euch Hallo Seid ihr Boni Ich habe euch eigentlich gesagt Dass wir Jetzt Zuhause uns wiedersehen leute Ja ich hatte eigentlich schon was aufgenommen Jetzt so sieben minuten oder so leute Wie ihr es hier im chat seht Nur da mein ort wo ich die video speichert voll ist weil ich gestern live ist strange 2 parts aufgenommen sind insgesamt 104 gigabyte schön voll ist die video datei jetzt schon Also muss ich euch hier zeigen was wir so gemacht haben und weiter ja wir sind bei feiergang wir haben jetzt hier Die beiden chunks übernommen und boni hat mir jetzt hier mein helme mit schutzviert haltbarkeit 3 verzaubert Danke an boni dafür ja wir haben jetzt geplant hier zu sein ganzes haus mit verstärkter erde zuzubauen und wir Haben hier unten einmal ein bisschen fake water hingemacht leute ja und fabi hatte mir hier irgendwo Gezeigt dass hier irgendwo sein eingang zu seinem keller ist leute Hier gibt es irgendwo ein hebel wo es in seinen keller geht das irgendwas hell geworden Ja ok ich sehe da jetzt nichts ok ich sterbe schon wieder dran ja boni komm hoch wir müssen Oder boni bleibt eher unten ich baue jetzt hier oben alles zu So kann ich dann fabi erpressen weil sonst kann passieren dass boni entführt wird So hier können wir dann nichts mehr nein da können wir nichts platzieren Wie ich hier so leute hier schön sein bett zu bauen Damit der nicht mehr schlafen kann guckt leute gönnt es euch und ich baue es mit der Falschen erde ab geil oder zu ich benutze normale erde ich will ja fake erde wie man die Nur ich abbauen kann leute ist so eine spezielle erde wie von den käfeigen die Wir bei leo drüben platziert haben dass nur ich das abbauen kann und so kann ich dann Fabi erpressen irgendwie der soll mir dann irgendwas geben oder so leute ja dann Erpressen wir fabi dass er sein hausen kann ich weiß jetzt schon fall wird mich anschreiben Und komplett ragen so wie mit der letzten falle ja der dachte seine items werden komplett weg Gebackt obwohl die ein bisschen weiter weg von ihm sind da muss ich ihm das wieder erklären Bei sowas fabi ist dann immer komplett auf 180 das macht komplett aggressiv leute Was wir wissen haben wir schon immer komplett zusammen was ich richtig lustig finde so Okay ich habe noch zwei stecks fake erde und noch ein steck normale so leute So schön erst mal vor sein eingang aber dann unseren eingang nicht zu bauen sie dann noch frei kommen Oh boni guck schön das telepad zu bauen so damit er schön stirbt wenn er es benutzt So dann hier ich würde sagen sein keller lassen wir in ruhe wollen wir einfach nur so zu So dann so schön vor die kisten so dann passt das leute so kann er nicht mit seinen kisten ran So und mein letztes deck fake erde habe aber noch zwei normale so abboni g und gibt es gleich respekt schelle Spaß boni Und man kann ich da nicht mal ran egal würde so dann machen wir hier zu ohr leute ich habe jetzt schon keinen bock Das ganze weg zu machen die ganze erde leute das wird ja ein spaß ja alles zu zu machen Ja Vor den türen mache ich soweit ich kann und ich muss auch auf meine ressourcen achten boni man g Ich schicke dich gleich Ich schicke gleich nach hause Und die tür müssen wir eh gleich zu bauen So dann Verändern wir noch Die erde Äh Leg Hä Hä Block verstärker warum willst du jetzt nicht mehr Hä Hä Warum will er jetzt nicht mehr ich kann keine erde mehr umändern Hä Was ist das Bony Why 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 He Do this Hä Weil die haltbarkeit runter ist oder was Hä Leute Ist das Hä Okay Ich check es nicht Was das problem jetzt bei diesem block verstärker ist So So Jo Wie wen Hä Wie wenig kannst du ja nur noch kannst du nur noch ein Hä Leute ich check die logik mit diesem block verstärker nicht Oh geil So mehr erde können wir jetzt nicht machen wir haben nur noch 33 Und mein internet ist komplett am sterben leute Ich habe im moment richtig schlechte verbindung leute aber So ist das doch schön würde ich sagen leute Zack dann und bony geh raus vor seinen letzten eingang Warum wir dann auch noch Schön Zu Warte leute Ich kann es ja hier guckt leute schön abbauen mit dem gerät So dann hier so richtig bony was machst du da So ungefähr und dann machen wir da noch ein bisschen cobblestone hin so Ja ich kann da nichts passieren weil wir da nicht übernommen haben das sind immer noch farbiges chunks da hinten leo Äh Bony Ja und Was bringen seine kisten Ähm Ja ich kann da nichts passieren weil es da all Entclaimed ist meine materialien Ähm Nicht übernommen ist So bony Ich würde sagen Troll Steht Und ich bin jetzt nicht so dumm wie leo Der hatte bei fabi troll Nein Ich bin nicht so dumm wie fabi er hat bei leo und troll gemacht Hat alle chunks übernommen und dahin geschrieben Liebe grüßte skelly Ja bony gibt man steht Damit So Dann Stellen wir hier so ein Schild hin So Fabi Um Wieder Normal Zu Mal Zu Leben Muss Du Mir Was Und ich brauche noch ein Schild Oh Oder so Geben Denk Dir Was Schönes Aus Liebe grüße Skelly Die Mau Äh 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 Skelly Maus So leute Schöner Halbwegs Reim So Fabi Um Wieder Normal zu leben Musst du mir was Geben Denkt ihr was schönes aus Sie Grüße Die maus Skelly Die maus Das ist doch wunderschön Da ist der troll doch Wunderhaft Können wir hier irgendwas abgeben Äh Noch Wir haben jetzt auch im dungeon geplündert Ach ja das war ja eine Folge Dass man noch sieht Leute Ja Leute Ich würde jetzt sagen das wäre es mit der Folge wenn es euch trotzdem gefallen hat Durch diese kleinen Probleme Dann lasst ein Like da um keine weitere Videos mehr zu verpassen Abonnieren Die nächste Folge in Nature kommt dann ungefähr in vier oder zwei Wochen Bis die beiden aufgeholt haben Leute Also sagt denen Zwei Folgen Zwei Folgen Zwei Folgen in der Woche Nature Damit der hier auch wieder bringt Und sonst eigentlich ne Ciao Leute Wuuu Cheee